ARD Text im Auftrag von Funk 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 auch ein Jahr zu machen ach so ist das ist ein bisschen die zufrieden der ich habe so ein Bus müssen reisen müssen auch noch ein Stern ab dem Grund vor dem Grunde ich war gerade eine Farbe gelöst werden und ja ich sehe es ist er gar nicht um ein kaputt an die Städte im Moment Party Bus! Party Bus! Nooooo! Ich will mit rein, ich will mit rein! Na dann los, dann steig ein! Noll! Oh, schon geht's mit Sterne, oder? Oh, noll! Lass uns doch einfach mal... Ich hätte jetzt fast 5 Sterne gehabt, wenn es fahrt mich nicht in Luft. To infinity! Warte los, warte los! Warte los, warte los! Seid denn hier? Warte los, warte los! Ey, der Party Bus! Ich hab'n Party Bus, ich hab'n Party Bus! Hau an! Warte, ich will schon mitkommen! Achso, steig ein, steig! Wo seid ihr denn gerade mit dem Party Bus? Ey, am besten kommt ihr alle mal zum Strand. Also ich bin jetzt vorm Flughafen mit denen. Ja, der Strand ist ja groß, oder? Ja. Lass mal alle unsere Sterne loswerden, also außer einer, der macht 5 Sterne in der Zeit Ja, das wollte ich ja eigentlich machen, aber dein Farb hat mein Panzer in die Luft. Ah! Wollt euch ein Helium, kommt zu mir! Wo, wo bist denn du denn? Am Strand! Beim Riesenrad! Am Strand! Am Riesenrad oder was? Ja, genau! Lass uns ja aussteigen und lass uns sterben! Alter! Das war ein geplant! Ah, da ist der Party Bus! Nice! Der Party Bus! Also ich sorgte mal für die Sterne! Party Bus! Party Bus! Ja, aber du bleibst dann am Flugfeld, ne? Ja, mach ich! Willst du echt am Flugfeld starten? Äh, ne, aber wir... Also... So geht's erstmal für die Sterne! Was? Was? Was war das denn für ein Back? Ich bin gegen eine ironsiesbare Mauer geflogen! Leute, wieviel sind wir? Okay! Haben wir schon gar nicht zählen! Ähm, eins! Drei! 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 Okay, kurz zehn! Was denn jetzt、「组 Party Bus warten kriegen?! Ich brauch den Part bus Wom ich schon jetzt vorstellen, das ist unglaublich! Mach P footstepsDIBus, Party Bus, Party Bus, Party Bus, Party Bus, Party... acion Ich spreche den! Äh, es gibt ja ein Problem! erosni wo bist du du? Wartende Mitte, warte, bleib stehen, bleib stehen! Bleib ste- ehn, ich bin 100% nnd am Party Bus,יחimos ... Ehh, vih j increibelεee, noch� наuelie. Drei! Pozni, der muss, der muss gestrottet werden. Wieso? Doch hast nur zähl leute rein. Un- t doubts! Aber wir haben noch gar kein gro- ro-r-n Party bus? in der Region 17 90 die Töte der Kölner auch die Töte der Kölner das ist ja auch die Töte der Böse für mich ist das ich glaube daher nein Prozent 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 der Einzelnen Prozent 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 und mein Herz und er hat den Waldstern kommen neun bei drei ich wer schlack nicht schon mal ja warte doch mal wir müssen erstmal uns erst mal sammeln erstmal sammeln deine Worte will uns ja erstmal alle zum Strand kommen wir ohne Sterne was für eine Füße übrig ist, oder? also ich habe keine Sterne ja... ja... ich hab ja... hast du mich gerade Dom genannt? ja... nein vielleicht nein dann... dann ist es in Ordnung jeder hat ein Recht auf Diskriminierung und auf dumm sein ja das auch ich glaube wir waren falsch, ne? ach... MDC fährt auch hier lang Partibus Partibus ich brauche jetzt mal, ich muss meinen Boss eben holen MDC fährt falsch welches Opfer oh you know größerer Noob wie Tosny und das ist echt ganz schwierig ey das schaffte ich hier Michael ich muss mal ganz kurz was ausprobieren ok ok one shot diese Beleidung prallen mir ab ping 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 schau dir du Micha hat geklappt ja es tut mir leid aber dafür habe ich denn so Stern kacke na gut da wird er gleich ein Stern ich brauche noch eh einen Stern und ich habe 5 nennen einen Stern einen Stern ich habe den Partibus ich will äh... jetzt den Partibus stehen ich weiß wie man nun Sterne los wird oder? mal um mich ja warte schön dein Stern ist weg ja aber jetzt hast du ja wieder einen also muss ich dich wieder töten ja? und dann habe ich wieder einen und nimm mal so weit das lol unendlich wird's sein Nick entferne mich mal von der Stelle hier were ace mind untertiteln weerans OR ё es Ministri entendu wirkiffen 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 mal summon wirkiffen wirk ninth wirkiffen ein º40 n Fl strengthen ein ja ich habe mich noch nie in der Auslösung der Gala wie kann man verhindern na dann ist ich stehe auch noch mal kurz weil ich dann noch mal etwas nein das war falsch wir müssen uns viel zu großer das ist kein Meister haben wir uns das ist der ich sehe dich hier gerade mit der Medellin und die Brüder mit welchen den Drogen schon mal da ein schirm voller drogen oder eine droge voller schirme wer weiß ich habe du mal bitte du brauchst auch vollem wasser er dann macht aber alle die sterne ja ich glaube ich habe zwei ja ich bin auch wenn er drinnen steigt dann steigt nur ein bisschen wieder zwei sterne auch immer die sterne einmal aus und lassen zwei sterben die wilden slagen tragen das war super guter deutsch ich bin der hauptschüler mtl ja das wird auf jeden fall was wir haben mit dem bus den ständigen keine ahnung party bus party bus ich sitze im party bus und und die sitzt ganz vorne ja ich sitze direkt hinterm wirklich heute alle erst mal alle erst mal die sterne loswerden also muss der bus auch mal geschrottet werden weil wir haben ja alle sterne am bus haua also ich fang nur noch mal aussteigen ja wieso geht doch gerade wir haben gerade die scheiße rückfahrt ähm ich fang jetzt nochmal vorne an mit den sterne wenn ich mich ab und den ständigen sollen wirst du hinkommen her zum party bus mit allen unter działsschrauber und angeflogen ab und ich steig entschuldigt ich werde ich werde Zeit für ich werde schnell höchst ey ich werde jetzt steig eigentlich ein nein ich werde Zeit für das ding zu sein ja keine ständig ich habe einen fensterplatz also ich habe einen fensterplatz ich kann einen super schön rauskuchen und zwei sternen reichte ein bisschen party muss wieso regelmäßig lässt mich mal einsteigen weil wir müssen wir stellen muss werden check einfach mal aus alle ja eh komm alle aussteigen alle aussteigen da draußen was er hat buchte muss er bei die wursse ich kann gerade nicht mehr bei Lester, ich hab eben schon einmal nicht einsteigen wo sind jetzt die Cops, ich hab keine mehr fang nicht an zu lästern Alter warte doch, wer ist denn auf dem Quad, warte so bin ich nicht ich hab jetzt keine Sterne mehr ich bin auch sternfrei ich brauch ja Sterne, das ist es ja ich hab keine Sterne mehr aber besagt immer bitte nicht hier die Sterne wir sind alle am Strand ich muss mir die Sterne aber hier holen Rymke, warte, warte, warte Rymke, erstmal müssen alle einsteigen dann nimmst du uns einen Haken Juno? Ja? Soll ich halt auch auf dem Piro oder was? Er kriegt immer den scheiß Karten Hat der Bus jetzt noch Sterne oder nicht? Alter Wer macht denn das mit dem Rymke den schon absteppen zu wollen? NULL Nein, noch nicht, ich bin doch nicht eingestiegen Alter, ich wurde... Fahre ich ganz ruhig, das ist doch einfacher als in den Abstand Leute, das wollte ich gar nicht Ich bin jetzt Fahrer Hups Dummer Polizei Oh Leute, ich bin tot Ach Gott, ich glaub das wird nicht so schnell was, oder? Ach, Freunde, ich könnte jetzt mal... Ich hab jetzt keine Sterne mehr Okay Stopp, 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 stopp Hey, stopp Okay Und wer hat... hat jetzt noch irgendjemand Sterne? Nein Du brauchst ja aber der Rest Ich hab schon Widerstehlung beim Bus eingestiegen Doch schlecht Ja, lo Es war trotzdem Oh 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 Das steht auch irgendjemand am Strand Der Bus ist weg Der Bus ist weg Der Bus ist weg Der Bus fliegt raus Ja, da war der Bus mal wieder schneller Ja, die BVG von heute Jetzt fliegen sie schon durch die Luft Ja, ich bin immer ein bisschen früher unterwegs Oh, kacke Irish Irish Der hat uns alle erledigt, ey Du hast halt den Partybus kapiert gemacht, weißt du das? Nehmt ihr eigentlich schon auf? Ja Mann, gut, dass ich nicht im Bus saß Das nehmen wir ab Ich hab gerade abgeschossen und ich dachte mir so Hoffentlich fliegen die jetzt nicht in die Raketen Mann, ey! Hätte uns auch gehen können, ne? Wunder zum Glück ins Blusen Wunder Willens, du hast mich jetzt aufgenommen Ich nehme das, das war gar nicht auf, wie du aus Wunder Mann, ey! Wunder 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 Er ist Wunder Der zu Der Hut Der ist Wunder Der ist Wunder 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 Speedrun, Alter. Treff mich nicht, treff mich nicht, treff mich nicht. Hahahaha! Noob! Was? Bus? Soll ich Bus bestellen nochmal? Ja, mach mal, ja. Aber jetzt darf keiner mehr Sterne bekommen. Ja, bitte ohne Sterne, echt. Nur noch der Eindruck, ich weiß gar nicht, wer das war. Irish, genau. Hat jemand ein Auto? Nee, Alter, ja. Kannst du mich da hinkauen? Ich will überdrehen, mich zu schießen. Ich hab mich erledigt, zum ersten Mal. Danke, mich. Ey, du musst hierbleiben. Fabi, ich brauch'n Auto. Ich brauch'n Auto. Loll! Hauptsache, den Hedien... Ach, scheiße. Sorry. Ey, nicht schlagen. Wim's? Ja, bitte. Ja, wo? Loll! Fabi, ey! Sorry, sorry, das habe ich nie. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Ich mach'n Schulterkopf immer. Mit Sprung. Let's go to the party bus! Boah, die Haft, was soll das denn, Mann? Sorry, du bist doch so schön! Ich wollte ja den Bus holen. Wo ist er?